Was ist denn? Was bin ich denn da raus? Wer ist du? Ich bin so nett. Ich bin so auch nicht mehr auf Eis gekommen. Kann ich mal einen Schnittschuh holen? Mhm. Toll. Jetzt du musst so Anlauf nehmen. Und dann so. Aber ich hab Angst, dass ich nachseite und nicht auf den Boden. Nein, wüsste nicht. Jetzt marsch. Meine Jacke kann das werden. Ja, warte. Ich geh schnell rüber. Du hast nur noch 26 Sekunden, dann ist die Speicherkarte voll. Jetzt hast du nur noch 18 Sekunden. Schuhe. Jetzt nur noch 13. Jetzt mach schnell. Ich hör auf.